Heute will ich über nichts urteilen, was geschieht. Lektion 243 Ich will heute ehrlich mit mir sein. Ich will nicht denken, dass ich bereits erkenne, was jenseits meines gegenwärtigen Fassungsvermögens bleiben muss. Ich will nicht denken, dass ich das Ganze aus Stückchen meiner Wahrnehmung verstehe, die alles sind, was ich erblicken kann. Heute begreife ich, dass es so ist. So werde ich von Urteilen entbunden, die ich nicht fällen kann. So befreie ich mich selbst und das, worauf ich schaue, um im Frieden zu sein, wie Gott mich schuf. Ich will heute ehrlich mit mir sein. Und diese Ehrlichkeit, die brauchen wir tatsächlich. Dieser Kurs in Wundern ist eine non-duale Schrift. Und er wurde aus diesem Geist der Non-Dualität geschrieben. Und wir müssen wissen, dass das Ego diesen Kurs liest. Und natürlich damit im Widerstand ist. Und natürlich im Konflikt ist. Denn das Ego ist im Konflikt. Und auf die Dinge so schaut, wie es diesen Kurs gerne haben möchte. Und das ist natürlich nur die Oberfläche. Wir sehen da nur einen winzig kleinen begrenzten Teil. Einen beschränkten Teil. Und glauben, wir würden den Kurs verstehen. Und uns wird heute gesagt, ich will nicht denken, dass ich bereits erkenne, was jenseits meines gegenwärtigen Fassungsvermögens bleiben muss und ist. Was ist denn jenseits unseres gegenwärtigen Fassungsvermögens? Und genau dort finden wir Gott. Und was ist die Welt? Die Welt wurde gemacht, um Gott zu dissoziieren. Um ihn zu vergessen. Um unsere eigenen Vergnügen wahrzumachen. Nichts anderes. Wenn wir natürlich mit dem Kurs im Konflikt sind, dann können wir nicht lernen. Oder wollen wir es anders formulieren? Unser Lernen ist sehr langsam. Sehr, sehr langsam. Ich weiß nicht, wie viele Kurs... Wie viele Bücher diesbezüglich schon gedruckt sind. Aber was ich so ziemlich weiß ist und immer wieder von Zuhörern auch als Information bekomme, der Kurs wurde irgendwann gekauft und in das Regal gestellt. Oder er wurde gelesen und er wurde nicht verstanden. Wir müssen wissen, dass der Kurs aus dieser non-dualen Ebene, aus der er für uns übertragen wurde, auch nicht verstanden werden kann. Er will erlebt und erfahren werden. Und dann folgt das Verständnis. Egal, wenn wir irgendwelche Schriften nehmen, sei es der Koran, sei es die Bibel, sei es die buddhistischen Niederschriften, sei es der Kurs in Wundern, und wir können diese Schriften nur so weit verstehen, wie unser Bewusstseinszustand ist. Und wenn wir diesen Kurs aus dieser Perspektive erinnern, wenn wir beginnen, okay, ich verstehe tatsächlich nicht, was hier steht, und dann beenden wir zumindest den Konflikt unserer wirklich sehr begrenzten Wahrnehmung. Non-dual heißt keine zwei. Keine zwei heißt keine Welt. Keine Welt heißt keine Körper. Und immer wenn es um das Thema Körper dreht, bemerke ich, dass die Widerstände am größten sind. Jetzt sagt er schon wieder etwas gegen den Körper. Wenn ich sage, der Körper und die Welt ist bedeutungslos, das bedeutet nicht, dass ich gegen die Welt spreche oder gegen die Körper. Wenn es bedeutungslos ist, dann kann der Körper endlich heilen. Dann kann die Welt endlich heilen. Das sind heilende Informationen. Aber eben der begrenzte Geist, der unbedingt Konflikt darin sehen möchte, der sieht, dass wieder mal gegen den Körper, gegen die Welt, gegen unsere furchtbare Geschichte gesprochen wird. Und deshalb versteht er mich nicht. Doch ich verstehe dich. Und deshalb werden die Worte hier hereingebracht. Die Welt existiert nicht. Kein einziges Ding hier ist wahr, inklusive der Körper. Und das sind sehr liebevolle, heilsame Informationen. Denn wenn du diese so annimmst, dann beginnt die Welt in deinem Geist zu heilen, inklusive der Körper. Weil es bedeutungslos ist. Denn du hast dir Welt all die Bedeutung gegeben, die sie für dich hat. Das bedeutet, du hast auch all dem Schmerz, all der Krankheit, all den Sorgen, all den Konflikten, all den Kriegen, die du da siehst, eine Bedeutung gegeben. Und nur deshalb existiert es in deinem Geist. Denn alles, wonach du Ausschau hältst, trennende Ereignisse, das wirst du vorfinden. Und das ist unser gegenwärtiges, beschränktes Fassungsvermögen. Also sind es sehr liebevolle Informationen. Doch der Kleingeist möchte dies noch nicht so sehen. Er fühlt sich bedroht. Und wer ist es denn, der sich bedroht fühlt, wenn er sich mit diesem Kurs in Wundern auseinandersetzt? Doch immer nur der Kleingeist, der sich so wichtig nimmt, der so bedeutungsvoll ist. Ja Gott, oh Gott, jetzt ist dieser Körper bedeutungslos. Ja, wo soll das hinführen? Ja, in die Freiheit. Ganz aufgebrachte Stimmen tauchen auf, wie furchtbar das ist, wenn man so gegen die Welt spricht. Da gibt es doch die lieben Kinderlein und die alten Menschen. Und es ist doch, wenn man genau hinschaut, findet man doch so viel. Was denn Trennung? Davon wird gesprochen. Und nur davon, nichts anderes wird hier mitgeteilt. Und solange Trennung noch wahr ist, im Körper oder in dieser Welt, dann werde ich es erfahren. Dann mache ich es bedeutungsvoll. Und dann muss ich eben dies so beurteilen, was geschieht, wie ich es haben möchte. Und ich sehe keine neutralen Dinge. Ich sehe die Dinge so, wie ich sie haben möchte. Und wir müssen lernen, in Geist und Schwingung zu denken. Wir müssen lernen, im non-dualen Geist und in Schwingung zu denken. Non-dualer Geist, das ist das, was du bist. Und die Welt, die du siehst, ist ein Ausdruck von Schwingung, von Frequenz. Und innerhalb, wenn du beginnst, auf dieser Ebene zu denken, dann wird dir das Verständnis leichter fallen. Und dann wirst du beginnen zu heilen. Und so ist jeder Schmerz, den wir zum Beispiel im Körper erfahren, oder jeder emotionale Schmerz, oder jeder Trennungsschmerz, oder jeder Schmerz der Trauer, ist ein Ausdruck von Schwingung. In dieser Traumwelt, in dieser Schwingungswelt. Und, ja, machen wir es so, ich bekomme immer wieder Anschreiben, eben, wenn es um das Thema Körper geht, bezüglich irgendwelcher Schmerzen, die die Menschen haben, oder irgendwelcher Gebrechen, die, ja, diese sehr belasten und sehr eingrenzen. Wenn wir beginnen, in Geist und Schwingung zu denken, dann ist ein körperlicher Schmerz kein körperliches Ereignis, sondern ein geistiges Ereignis. Und wenn dies ein geistiges Ereignis ist, dann lässt es sich leicht beheben. Tatsächlich. Diese Worte spreche ich zu dir. Es ist kein körperliches Ereignis. Aber wenn ich versuche, es auf der körperlichen Ebene zu, wie soll ich sagen, reparieren, wenn ich es versuche, auf dieser Ebene zu reparieren, dann sind die Ergebnisse sehr dürftig. Denn das versuchen die Menschen seit Abertausenden von Jahren, es auf der körperlichen Ebene zu regeln. Und der Körper ist eine, der Körper ist nicht die Ursache, der Geist ist die Ursache. Der Körper ist eine Wirkung, so wie die Welt eine Wirkung des getrennten Geistes ist. Und wenn du möchtest und vielleicht gerade ein körperliches Phänomen erfährst, das dich beschäftigt, dann machen wir eine kleine Übung zusammen. Bevor wir beginnen, noch einmal zur Erinnerung, dein Schmerz oder dieses körperliche Phänomen oder emotionale Phänomen, das du erfährst, ist kein körperliches Ereignis. Es kommt aus dem Geist. Es ist ein geistiges Phänomen, das das Biofeedback-System Körper erfährt, als Schwingungsereignis. Und wenn du möchtest, stelle dir diesen Schmerz vor oder was immer dich beschäftigt im Körper. Gehe dorthin mit deinem Geist. Fühle diesen Schmerz dort, wo er ist. Und jetzt, so wie du bisher Dunkelheit und Schmerz dorthin projiziert hast, projiziere Licht hin. Mache Licht dort wahr, wo bisher Dunkelheit ist. Und stelle dir vor, imaginiere, dass diese Stelle jetzt von Licht erfüllt wird. Vom göttlichen Licht. Wenn du dir das nicht vorstellen kannst, geh in das Gefühl, dass dort jetzt Licht manifest wird. Stell dir einfach göttliches Licht dort vor. Du bleibst nur an dieser Stelle des Körpers und stellst dir das Licht vor. Und das tust du so lange, bis du Frieden erfährst. Bist du das Phänomen des Wunder erfährst. Bist du dies leichter fühlst. Körperlich leichter, ja. Vielleicht spürst du eine Vibration dort. Ein Auflösen. Eine Leichtigkeit. Und vielleicht, vielleicht kommst du auch an den Punkt, wo du bemerkst, dass der Schmerz verschwindet. Oder zumindest sich lindert. Entspannt. Du dich ausdehnst. Und das kannst du so oft und so lange, wie du willst, tun. Und du wirst sehen, wie du beginnst, zu heilen. weil du in der Lage bist, die Schwingung zu verändern. Ich möchte sagen, die Schwingung des Schmerzes, die Schwingung der Trennung, die Schwingung der Dunkelheit kannst du auf diese Art und Weise verändern. Und so ist es nie der Körper, der heilen muss, sondern unser Geist. Heiler, heile dich selbst. Und jetzt findet das Phänomen der Heilung statt. Und wir danken Gott für dieses Licht, das wir empfangen haben. Und wir danken Gott für den Frieden und für die heilende Kraft, die durch den Geist verursacht wird. Und so kannst du deine Augen mit diesem Licht füllen, deine Organe, deinen ganzen Körper, alles, was ist, alles, was da ist. Und du wirst dich in diesem Licht erfahren. Und so wirst du beginnen, zu heilen. Und es spielt keine Rolle, um welches Organ es sich dreht oder um welche Stelle des Körpers. Deine Knie, deine Hüften, deine Organe. All das kannst du tun. Und vielleicht bekommst du so viel Lust auf diese Übung, dass du die Meditation Ich bin, was ich bin ein paar Mal anhörst. Dort wird ein ähnliches, eine ähnliche, etwas Ähnliches angeboten. Wir sind Licht. Und wenn wir Körperphänomene haben, dann nur einfach deshalb, weil die Schwingung dementsprechend das hervorbringt, was wir erfahren. Und so kannst du alles wieder in die Ordnung zurückführen. Und zumindest deine körperlichen Schmerzen auf eine sehr, auf eine, ich wollte schon sagen, nebenwirkungsfreie Art und Weise auflösen, aber es hat tatsächlich Nebenwirkungen. Ganz andere Art und Weise. Du fühlst dich frei. Und nicht mehr gebunden an den Körper, nicht mehr gebunden an die Welt, die aus deinem Geist, aus deinem Geist projiziert wurde. Und vielleicht spürst du, wenn du diese Übung mitgemacht hast, wie du dich jetzt schon leichter fühlst, freier fühlst. Und der Schmerz oder die kranke Stille an Bedeutung verliert. Und sieh auch jetzt nochmals, der Schmerz oder die kranke Stille im Körper wurde vom Ego-Denk-System benutzt, um Trennung wahrzumachen. Ja, das ist das Problem. Und wenn ich das Problem gelöst habe, dann geht es mir besser. Und da muss ich jetzt auf der Welt viele Ärzte konsultieren oder was auch immer, damit der Schmerz vergeht. Der Schmerz ist ein geistiges Phänomen. Die dementsprechende Schwingung macht die Erfahrung. Und so ist Heilung möglich. Und jetzt wird unser gegenwärtiges Fassungsvermögen weit gesprengt. Denn jetzt verstehen wir, wie Krankheit stattfindet und wie Heilung stattfindet. Und Heilung wird im Kurs im Wundern sehr oft benannt. Und ich wundere mich, warum es so oft ignoriert wird. Alles ist Licht. Und du bist Licht. Und wenn ich Licht sehen möchte, wenn ich Licht projiziere, wenn ich Licht dorthin ausrichte, wo ich bisher Schmerz und Trennung erfahren habe, dann löst sich das auf. Durch den non-dualen Geist, durch den Geist der Liebe, durch den reinen Geist, der wir nach wie vor sind. Und so wollen wir heute alle Urteile aufgeben. Alle Urteile über das, was geschieht. Ich habe Schmerzen. Mein Mann hat mich verlassen. Meine Frau ist immer noch da. Meine Kinder tun dies. Meine Chefs tun jenes. Wir haben so viele Geschichten. Das ist unfassbar. Und diese Geschichten entstehen alle aufgrund unserer Urteile. Ich möchte das Unerlöste immer noch sichtbar machen. Deshalb habe ich gestern davon gesprochen, wie wäre es, wenn du erkennen würdest, dass du den Schmerz behalten willst, dass du sogar die Krankheit behalten willst, deine Müdigkeit, deine Lustlosigkeit, dein Scheitern, dein Mangel. Weil du darüber urteilst, weil du dich dadurch in dieser begrenzten Welt wahrnehmen kannst und willst, denn das ist ja deine Persönlichkeit. Schmerz, Mangel, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht weiter, ich verstehe das nicht. Ich, 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 ich. Bis zum letzten Atemzug, ich. Bis zum letzten Atemzug sich über Begrenzungen definieren. Willst du wirklich so weitermachen wie bisher? Oder endlich so, wie Gott dich schuf, der dir sagt, du bist das Licht der Welt. Und du kannst alles durch dieses Licht der Welt heilen, denn du kannst durch das Licht der Welt, durch das Licht, das du bist, die Welt erlösen, weil du sie überwindest und dich nicht mehr über körperliche Phänomene oder über die Phänomene der Welt definierst. Wir wollen unsere Definitionen aufgeben, wir wollen unsere Preisetikette abziehen. Oh, das ist Mehrwert. Und das ist von Null bis Zehn ist das Zehn. Wow, das ist sehr viel wert. Und das ist nicht so viel wert. Zwei. Nimm all deine Preisetikette herunter, die du draufgeklebt hast. Für den reinen Geist, der du bist, ist nichts unmöglich. Alles ist möglich. Denn der reine Geist, der du bist, ist unbegrenzt. Und jetzt klammer dich nicht so sehr an Ergebnisse nach dem, was ich hier gesagt habe, sondern orientiere dich daran, in welchem Maß du in Frieden kommst, wenn du diese Übung anwendest. Und das Maß des Friedens zeigt dir, dass du dein begrenztes Fassungsvermögen aufgegeben hast. Und das Maß des Friedens, in dem wir sind, bedeutet auch, in welchem Ausmaß wir die Schuld aufgegeben haben. Schuld ist Schwingung. Und Schuld ist weitaus mehr verbreitet, als wir in der Lage sind zu verstehen. Ich habe dieses Phänomen eines Morgens, nachdem ich aufgewacht bin, absolut begriffen. Ich habe nur noch, wie im Kurs gesagt wird, eine Welt der Schuld gesehen. Ich war an schönen Orten, an schönen Stränden, ich war umgeben von einer relaxten Atmosphäre und ich habe genau gewusst, alles was mich umgibt, ist eine Welt der Schuld. Meine projizierte Welt der Schuld. Egal, ob ich mir ein Erdbeer-Eis mit Sahne gekauft habe oder andere Dinge getan habe, es war ein Ausdruck von Schuld. Schuld ist Schwingung. Schuld ist eine Welt der Dunkelheit, auch wenn das Licht, auch wenn die Sonne scheint, es ist eine Welt der Dunkelheit. Und das Licht, von dem wir sprechen, das ist natürlich, da ist das Licht der Sonne, ein Flackern einer Kerze dagegen. Denn das Licht, das wir sind, umhüllt alles, restlos alles. Auch die Sonne, so wie wir sie mit unseren Augen sehen, ist ein Ausdruck der Trennung. Licht ist jenseits der non-dualen Ebene, die wir uns so mühsam über so lange Zeit erlernt haben. Es war ein mühsamer Weg, all das zu lernen, was uns klein macht, all das zu lernen, was uns in unserem kleinen Geist, der natürlich so wichtig ist. Ach, wie kann man nur sowas sagen? Es war ein mühsames Lernen, uns im kleinen Geist gefangen zu halten. Das kleine Ichlein kämpft und kämpft. Das kleine Ichlein so groß wie ein Staubkorn, wenn überhaupt, kämpft gegen die Wahrheit. Da atmet sogar mein Hund durch. Immer zur richtigen Stelle. Wir haben das abgesprochen. Ja, und so nüchtern müssen wir dahin schauen, denn wir wollen heute ehrlich mit uns sein. Wir wollen uns nicht mehr in unserer Kleinheit verstecken, sondern verstehen, was wir sind, woher wir kommen und was wir getan haben. Denke immer in Geist und Schwingung. Und wenn du in Geist und Schwingung denkst, kannst du alles, wirklich alles überwinden, denn du bist nicht mehr über den Körper definiert. Und das sind, ich möchte dich erneut erinnern, das sind liebevolle Informationen, die dich in enormen Maße befreien. Vater, heute lasse ich die Schöpfung frei, sie selbst zu sein. Ich ehre alle ihre Teile, in denen ich eingeschlossen bin. Wir sind eins, weil jeder Teil deine Erinnerung enthält und die Wahrheit muss in uns allen als eins leuchten. Beginnen wir heute zu leuchten. Lass uns überall nur noch dieses Licht sehen. Bringe es überall dorthin, wo Dunkelheit ist. Danke für dein heutiges Lauschen. Lauschen 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 Lauschen